Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal Public Tech Instance. Heute geht es in die erste Runde meines Sony A80J OLED-Tests. Das ist für mich jetzt mehr oder weniger spannend. Also erstens, ich finde es schon spannend zu sehen, was verschiedene Hersteller aus demselben Panel rausholen können. Andererseits ist es natürlich ein bisschen langweiliger als jetzt so ein QLED-OLED-Vergleich, dadurch, dass die Panels so ähnlich sind. Die Unterschiede sind nicht riesig, sagen wir es mal so. Aber was die Unterschiede sind, versuche ich jetzt im Laufe der nächsten drei Videos mal herauszuarbeiten, so damit ich für mich und hoffentlich auch der eine oder andere von euch dann entscheiden kann, ob er zum Beispiel jetzt ein C1 oder ein A80J. Genau, das wird die Serie hoffentlich zeigen. Dann, heute geht es um Reflexion, es geht um Standby-Verbrauch, es geht um Lautsprecher-Vergleich. Sogar diesmal zum selber hören. Falls ihr darauf also Bock habt, bleibt dran, schwafeln wir nicht so lange und legen direkt los. Starten wir mit Design, Verarbeitung, Anschlüssen, genau, und der Fernbedienung. Der A80J gefällt mir mit seinem geringen Abstand zum TV-Regal und den weit außen angeordneten Standfüßen wirklich gut und persönlich sogar besser als der C1. Die tiefe Position des Panels hat außerdem den Vorteil, dass man die hinter dem TV verlaufenden Kabel nicht sieht. Denn im Gegensatz zu den bisher getesteten TVs hat Sony einfach mal komplett auf irgendeine Art von Kabelführung verzichtet. Generell sieht man dem TV an einigen Ecken an, dass man versucht hat, die Produktionskosten möglichst gering zu halten. Beispielsweise sind mir beim Auffallen direkt die Spaltmaße der seitlichen Eingänge negativ ins Auge gestochen. Auch der Fernbedienung merkt man den Rotstift deutlich an. Das Gehäuse wirkt günstig. Die Tasten haben einen sehr schwammigen Druckpunkt und die scharfen Kanten um die Fernbedienung sowie des Steuerkreuzes in der Mitte finde ich persönlich recht unergonomisch. Kein Vergleich zu der Fernbedienung, welche beispielsweise noch dem Sony XE93 vor ein paar Jahren beilag. Auch die Fernbedienung des C1 liegt deutlich besser in der Hand. Positiv hingegen finde ich die große Auswahl an Tasten. Es gibt einen Nummernblock, Kurzwahltasten für die gängigen Streaming-Services sowie eine Start- und Stopptaste. Leider ist die Fernbedienung so lang, dass man einhändig schon ordentlich rangieren muss, um an alle Knöpfe zu kommen. Die Standfußmontage hingegen war die bisher mit Abstand einfachste, denn diese werden einfach nur von unten in den TV gesteckt und rasten dann sofort ein. Klasse gemacht. Zudem gibt es insgesamt drei Möglichkeiten, die Füße zu montieren. Nah beisammen, weit auseinander sowie angehoben, um unter dem TV eine Soundbar platzieren zu können. Auch hier wieder clever gelöst. Ansonsten ist der TV halt ein typischer OLED-TV. Es gibt dünne Displayränder, das Panel ist eine sehr dünne Platte mit fest montiertem Rucksack zum Beherbergen der Elektronik. Im Vergleich zum C1 ragt die Elektronik jedoch weiter nach oben, da da die Aktuatoren sitzen, welchen den Bildschirm zum Schwingen bringen, um den Ton zu erzeugen. Das funktioniert in der Praxis wirklich gut, dazu aber später mehr. Anschlussseite gibt es seitlich einen HDMI-Port, zweimal USB 2.0 Typ A, einen 3,5 mm Kopfhörerausgang, sowie einen Klinkeneingang, um den TV als Center-Lautsprecher in sein bestehendes Heimkinosystem einzubinden, gefolgt von einem CI-Plus-Slot. Auf der Unterseite finden sich dann die Anschlüsse für Satellit und Kabel, ein LAN-Port, ein optischer Ausgang, zwei 4K 120 Hz kompatible HDMI-Ports und zum Schluss einen weiteren HDMI-Sowie USB 3.1 Typ A-Port. Kommen wir zu Panel, Blickwinkel und Kontrast. Paneltechnisch scheint hier das gleiche Panel wie in meinem C1 zum Einsatz zu kommen, denn auch der A80J leidet schon beim mäßigen Abweichen der zentralen Sitzposition unter einem Grünstich, welches es beispielsweise beim LG E9 vor zwei Jahren so noch nicht gab. Davon abgesehen sind die Blickwinkel aber, wie generell bei OLEDs, sehr gut. Auch ist natürlich hier der Kontrast wieder unendlich hoch, da die Nullnits im Nenner zum Berechnen des Kontrastes immer zum selben Ergebnis führen. Error. Kommen wir zum synthetischen Test der Helligkeit. Wie hell ein TV maximal werden kann, hängt unter anderem von der Größe des hellen Objektes ab, welches der TV darstellen muss. Leider hatte zumindest mein LG C1 einen sehr aggressiven AWL und war dadurch besonders in SDR und hellen Szenen deutlich dunkler als nochmal ein LG E9 von vor zwei Jahren. Glücklicherweise kann der A80J hier aber liefern und ist beim Dimmen deutlich entspannter. Trotzdem greift auch hier der ABL, also der Helligkeitslimiter, deutlich früher und reduziert schon bei einem 10% Fenster die Helligkeit um rund 100 Nits im Vergleich zum C1. Richtig gut ist er hingegen bei einem vollflächigen weißen Bildschirm. 160 Nits sind in dem Fall der von mir bisher höchste gemessene Wert eines OLED-TVs und lassen auf ein vergleichsweise helles SDR-Bild hoffen. Trotzdem sind das natürlich keine aufregenden Zahlen und belegen, dass zumindest beim Thema Helligkeit ohne zusätzlichen Kühlkörper sich in den letzten beiden Jahren eigentlich nichts getan hat und auch heute noch eine große Lücke zur LCD-Konkurrenz klappt. Einen interessanten Weg nimmt Sony beim Handling von Reflexionen. Denn im Gegensatz zum LG C1 oder QN90A kommt der A80J mit einem leicht matten Panel. In der Praxis bedeutet das, dass die Reflexionen weniger scharf sind, wodurch das Auge merklich weniger dazu verleitet wird, die reflektierte Oberfläche zu fokussieren. Dafür reflektiert der C1 aber deutlich weniger hell. Achtet in dieser Szene mal auf die Helligkeit der Reflexionen des Himmels. Ehrlich gesagt fällt es mir hier nicht wirklich leicht, einen Gewinner zu küren. Ich sehe das mal wieder mehr als ein Unentschieden und ich habe keine Ahnung, was ich davon jetzt wirklich bevorzuge. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Auch mit Bildmaterial ändert sich da nicht viel. Zwar reflektiert der A80J merklich heller, jedoch gibt es dafür weniger scharfe Kanten, welche man immer wieder fokussiert. Die Helligkeit in HDR-Inhalten ist auf jeden Fall vergleichbar. In SDR hat der A80J besonders in hellen Szenen durch den weniger aggressiven ABL merklich die Nase vorn. Wenn die maximale Helligkeit fürs Zimmer will, hat dann natürlich noch die Wahl zum QLED zu greifen. Der wird besonders mit Kontrastverbesserung aktiv noch einmal deutlich heller. Wie immer bei OLEDs gilt auch hier, dass aufgrund der Hintergrundbeleuchtung auf Pixel-Ebene kein Blooming existiert. Wodurch es in Extremszenen wie diesen mit kleinen hellen Leuchtquellen auf dunklem Hintergrund keine Aufhellungen gibt. Das Messen der Helligkeit mit weißen Fenstern ist eine Sache. Wie hell das Ding jetzt aber in der Praxis wird, in HDR, SDR und beim Gaming, das schauen wir uns als nächstes an. Der A80J liefert in der guten alten HDR-Sonne-Szene von Godless eine Spitzenhelligkeit von ca. 470 Nits und liegt damit leicht unterhalb des C1 mit 500 Nits und der des LG E9 mit ca. 600 Nits. Der QE901 65 Zoll schaffte hier rund 1500 Nits. Insgesamt bringt der A80J hier also nicht die gesamte Performance des synthetischen Fenstertests auf die Straße. Wie sieht's in SDR aus? Da war der C1 in 48 Zoll mir ja etwas zu dunkel. Glücklicherweise gut, denn selbst im Kinomodus liegt die Helligkeit der Eisoberfläche bei knapp über 200 Nits. Das sind zwar immer noch weniger als beim E9 mit 230 Nits, aber deutlich mehr als die 150 Nits des C1, welcher wie hier, auch im linken Bild zu sehen, sichtlich dunkler agiert. Wobei ich hier immer noch den Verdacht habe, dass die 48 Zoll Modelle generell etwas dunkler sind. Beim Zocken in HDR liegen die beiden dann aber sehr nah beisammen. Die Sonnenhelligkeit in Assassin's Creed betrug ca. 550 Nits, was rund 50 Nits weniger sind als beim LG C1. Trotzdem war der A80J auch öfters etwas heller als der C1. Hier gut mit dem False Color Filter zu sehen, welcher die Bildhelligkeit durch Farben visualisiert. Daraufhin habe ich versucht, die Spitzenhelligkeit des C1 im letzten Test von 600 Nits erneut zu messen, was mir aber nicht gelungen ist. Ich vermute, dass die Szene einfach zu dynamisch für einen sauber reproduzierbaren Test ist, weshalb ich für kommende Tests am Ende ein Auge auf andere, bessere Szenen aufhalte. Zum Vergleich, der QL90A in 75 Zoll lieferte hier rund 1600 Nits. Als nächstes DSE und Screen Uniformity. Die Ausleuchtung ist insgesamt gut. Zwar sind hier in 15% Gray Slides vertikale Streifen zu erkennen, in der Praxis sind mir die aber nie wirklich aufgefallen. Angeblich kann man die Bildhomogenität mit einem Durchlauf des großen Pixel Refreshers aber noch einmal verbessern. Da der jedoch ein wenig die Pixel verschleißt, habe ich davon erst einmal abgesehen. Auch die Bedienungsanleitung empfiehlt die Funktion nicht öfters als einmal pro Jahr durchzuführen. Kommen wir als nächstes zur Farbakkuratheit und der Grayscale. Die Grayscale zeigt uns, ob der TV beim Darstellen von Vias irgendeinen Farbstich hat. Und die Farbakkuratheit, die macht halt, was es sagt. Guckt, wie genau die Farben sind. Die Kalibrierung ab Werk war insgesamt in Ordnung. Die Messung ergab einen leichten Blaustich, welcher sich aber mit minimalen Anpassungen der Rot- und Blauregler korrigieren ließen. Anschließend lagen dann alle Abweichungen der Grauskala unter einem Delta-Error von 2 und waren somit, wie im Bild zu sehen, grün. Die Farbakkuratheit des sRGB-Farbraums war ebenfalls in Ordnung. Nur die Sättigung bei 25, 50 und 75 Prozent der Farben war etwas zu niedrig. Die Maximalsättigung hingegen passt. Anschließend habe ich die Sättigung um zwei Stufen erhöht, wodurch 25, 50 und 75 Prozent in Ordnung waren. Aber die 100 Prozent dann leicht außerhalb des Solls lagen. Ein wirkliches Problem ist das jedoch nicht. Denn jeder, der bei seinem TV einmal die Sättigung um zwei Stufen angehoben hat, weiß, wie klein die hier beschriebene Abweichung ist. Ein Thema, das ich jetzt das erste Mal bespreche, sind die Burn-in-Präventionsmaßnahmen. Das fand ich ganz interessant, denn ich habe nach Bildern gesucht, um die Standfußposition zu suchen und bin dann über das Kapitel Warnhinweise für Burn-in gestoßen und fand das ganz interessant. Und die wollte ich euch mal kurz zeigen, was Sony denn so für Ideen hat, damit ihr möglichst keinen Burn-in bekommt. Und Hinweis eins war, TV mit Netzteiltaste auf TV oder Fernbedienung ausschalten. Was im Prinzip sagen soll, ihr sollt nicht den Netzstecker einfach ziehen. Denn die meisten wissen es bereits, wenn man so einen Fernseher ausschaltet, läuft immer so ein Pixel-Aktualisierungsprogramm durch. Das dauert, glaube ich, so 10, 15 Minuten. Und erst danach sollte man, wenn man es denn will, den TV auf dem Netz trennen. Ansonsten unterbricht man halt den Rhythmus und das kann zu einem Burn-in kommen. Also es kommt vielleicht schneller dazu, sagen wir mal so. Dann Hinweis 2, der war gut, Kinobalken mit anderem Bildmodus ausblenden. Das heißt, Sony empfiehlt, wenn ihr euch einen 16 zu 9 Film anschaut, da so weit rein zu zoomen, dass die schwarzen Balken wegfahren. Wäre für mich jetzt nicht unbedingt eine Option, aber ich fand es interessant, dass sie es reinschreiben. Hinweis 3, Bildschirmanzeigen ausschalten, also statische Uhren, Windows-Task-Leisten. Das versteht sich von selbst. Dann Hinweis 4, Vermeidung von statischen Inhalten wie Uhren und Logos. Also das ist im Prinzip wieder dasselbe. Hinweis 5, für Inhalt mit Logos wird der Standard-Bildmodus empfehlen. Das war mir auch neu. Also der Kino-Modus wird nicht empfohlen, sondern der Standard-Modus. Keine Ahnung warum. Hinweis 6, Panelaktualisierung nur einmal pro Jahr. Das ist jetzt nichts Großes Neues. Also ich wusste, dass das halt das Panel verschleißt. Aber jetzt hat man zumindest so einen greifbaren Wert, wie oft ein Hersteller das empfiehlt. Ich weiß nicht, ob es bei LG auch drin stand. Hätte ich mal gucken sollen, um ehrlich zu sein. Aber fand ich interessant. Deshalb habe ich es mal mit hier in den Raum geworfen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es für euch eine Option wäre, um Burn-In zu vermeiden, die Kinobalken auszublenden. Das finde ich schon eine stramme Aktion. Aber naja, machen wir weiter mit der Leistungsaufnahme. Kommen wir zur Leistungsaufnahme. Das war ein interessantes Thema. Das hatte ich so noch nie wirklich auf dem Schirm. Aber der HM hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass da der A80J bzw. Sony-TVs generell eine leichte Auffälligkeit aufweisen sollen. Grund genug, sich das für mich mal genauer anzusehen. Und tatsächlich genehmigt sich der TV ausgeschaltet rund 25 Watt. Was für einen Standby-Modus wirklich enorm ist. Zum Vergleich, mein Surface Laptop aus 2017 benötigt bei einer Video-Wiedergabe mit eingeschaltetem Bluetooth, WLAN und Bildschirm plus Lautsprechern auf mittlerer Helligkeit zwischen 8 und 20 Watt. Natürlich gemessen bei vollgeladenem Akku. Oder hier auch meine Ikea-Lampe mit drei LED-Leuchtmitteln auf maximaler Helligkeit mit rund 20 Watt. Kostentechnisch sprechen wir hier bei 20 Stunden pro Tag und einem in Deutschland 2020 durchschnittlichen Kilowattstunden-Preis von 31,18 Cent von 58,05 Euro pro Jahr. Oder auch 4,84 Euro pro Monat. Das bringt jetzt keinen um, aber zu wissen, dass da ständig drei LED-Lampen am Laufen sind, während man mit dem TV quasi gar nichts macht, finde ich doch schon stramm. Und das bewegt selbst mich dazu, den TV abends vom Netz zu nehmen. Und das wird ja nicht unbedingt empfohlen. Also, ein Geheimnis macht Sony aber daraus nicht. Denn auch die Bedienungsanleitung gibt diesen Wert an. Zumindest, wenn der Software-EPG-Aktualisierungsmodus eingeschaltet ist, ist dies nicht der Fall. Würde der TV auf ca. 0,5 Watt fallen? Wie genau ich das jetzt aber ausschalte, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich habe schon viel probiert. Ich habe irgendwie die Software-Aktualisierung im Hintergrund abgeschaltet. Ich habe Apple Airplay. Und es waren bestimmt 20, 30 Optionen, die ich ausgeschaltet habe. Auch das Einschalten über Bluetooth und WLAN habe ich ausgeschaltet. Alles aus, nach wie vor 25 Watt. Falls also von euch jemand weiß, wie ich das hinbekomme, dass ich diese 0,5 Watt erreiche, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich denke, da wären viele daran interessiert. Und es lohnt sich vielleicht sogar, dazu ein eigenes Video zu machen. Weil ich finde, 25 Watt ist schon nicht ohne. Das Ganze hat aber auch ein paar positive Effekte. Beispielsweise ist mir aufgefallen, dass ich den TV auch im ausgeschaltenen Zustand immer als verfügbares Display in meiner YouTube-App angezeigt bekomme, um Videos direkt auf dem TV wiederzugeben. Beim QL90A oder C1 muss ich hingegen den TV erst einschalten und nicht seltener ein paar Minuten warten. Ob das dann einem den Stromverbrauch wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Kommen wir zum Ton. Interessant finde ich schon seit Jahren das Konzept, die Displayoberfläche zum Schwingen zu bringen, um diese als Lautsprecher zu nutzen. Und tatsächlich funktioniert das Ganze zusammen mit den verbauten Tieftöner erstaunlich gut. Der A80J klingt deutlich runder und spielt tiefer als beispielsweise der C1. Auch wenn das Ganze natürlich nicht auf dem Niveau von Vollbereichs-Lautsprechern, wie der hier verglichene Nubro A300 oder einer Soundbar mit Subwoofer ist. Hier mal eine Demo zum Selberhören. Aufgenommen habe ich mit dem Rode VideoMic NTG. Leider kommen die Unterschiede nicht ganz so deutlich raus wie im echten Leben. Von daher hört es euch mal an. Am besten mit Kopfhörern. Und falls ihr keine großen Unterschiede hört, dann lasse ich das beim nächsten Mal einfach weg. Schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr das sinnvoll fandet. Und dann lasse ich das beim nächsten Mal einfach weg. Kommen wir zu tollen Sachen und nicht zu tollen Sachen. Mal abgesehen von der Bildqualität sind mir ein paar Dinge direkt positiv aufgefallen beim A80J. Und zwar ist das erste Thema die deutlich heruntergedimmten Netflix-Untertitel in Dolby Vision. Besonders in Mandarin. Denn da greifen die Einstellungen irgendwie nicht. Das wird immer brechend hell auf dem LG dargestellt. Und das war schon beim i9 so. Das ist beim C1 so. Und ich dachte, das wäre ein Problem generell mit Dolby Vision. Aber Sony hat es in den Griff bekommen. Die machen das Ganze deutlich dunkler. Und das wäre für mich persönlich fast schon alleine ein Grund, auf den A80J umzusteigen. Wenn er denn BAA hätte und der Standby-Verbrauch. Naja, wenn ich das halt irgendwie in den Griff bekomme. Dann finde ich die Leiste mit den Schnelleinstellungen super gemacht. Also er drückt diese Einstellungstaste und sagt direkt auf dem Bildmodus. Und neben dem Bildmodus ist die Helligkeit des entsprechenden Bildmodus. Finde ich persönlich echt praktisch gemacht. Denn die verstände ich eigentlich mit am häufigsten. Auch, dass der TV die Uhrzeit anzeigt, wenn man auf die Infotaste drückt. Finde ich persönlich ganz gut gemacht. Was ich nicht so cool fand hingegen, war, dass ich einen Google-Account brauche, um Apps runterzuladen und zu nutzen. Und wenn mich nicht alles täuscht, wollte der TV auch zwangsweise wissen, wo ich mich befinde, bevor ich eine App runterladen kann. Fand ich ein bisschen uncool. Kann aber auch sein, dass ich irgendwo so einen kleinen Überspringen-Knopf übersehen habe. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Fand ich hingegen, ja. Fand ich nicht so geil. Kommen wir mehr oder minder mal zum Fazit des A80Js. Zumindest auf technischer Ebene. Es kommt natürlich noch der zweite Teil zum Gaming. Da geht es um Eingabeverzögerung, 4K 120, Krummer Sub-Sandling, den ganzen Kram. Und es wird noch einen dritten Teil geben, zusammen mit dem C1, nehme ich an. Dass ich nicht zwei Videos machen werde, denn der ein oder andere weiß, zum C1-Test gibt es noch keinen dritten Teil. Der kommt, wie gesagt, wahrscheinlich mit dem A80J zusammen. Aber kommen wir zu den Pro und Contras. Also Pro, ganz klar, für mich das Design, finde ich klasse. Punkt 2 Sound war auch, war jetzt nicht hervorragend, aber er war echt in Ordnung. Gibt aber auch andere TVs, die das können. Beispielsweise hatte ich den QN95A in 75 Zoll. Der hatte auch super Lautsprecher. Der hatte vor allem noch ein bisschen mehr Tiefgang, wenn ich mich recht erinnere. Aber es war auch generell ein größerer TV. Dann die Farbkalibrierung ab Werk, besonders im sRGB-Raum, war das mit das Akkurateste, was ich bisher hatte. Zwar nicht in der Grauskala, weil er hatte einen leichten Blaustich, aber die Farben waren sehr, sehr gut, nachdem man das dann korrigiert hatte. Ein anderes Pro waren die vielen Tasten auf der Färbendienung. Da bin ich ja nicht so Freund von, wie Samsung das gesegelt hat. Das kann ich nochmal einblenden. Da gibt es nur noch so 3, 4 Tasten. Und wenn ich da irgendwie ein Video pausieren will, muss ich immer, naja, 2, 3 Mal irgendwo auf den Klick machen. Und da ich immer Fernseher synchronisiere, ich weiß, das macht nicht jeder, aber für mich, mich stört das. Und dass ich kein Ziffernfeld habe, um zum Beispiel den Netflix-Pin einzugeben, stört mich persönlich auch bei der Samsung-Lösung. Von daher, die Auswahl an Tasten auf der Fernbedienung für mich ein Pro. Dolby Vision Untertitel in Mandarin, nicht so brechend hell wie auf den LG-Modellen. Fettes Plus für mich, fettes Plus. Ich weiß, wieder ein Edge-Use-Case, hat nicht jeder, aber für mich ist das ein Riesenvorteil. Und ich dachte schon, Dolby Vision wäre schuld. Ich wollte Dolby Vision schon abschwören und alles über irgendwie einen Zuspieler, über normales HDR10-Regeln. Aber es geht anscheinend auch so. Also, geile Sache. Ich hoffe, dass LG das vielleicht in Zukunft noch in den Griff bekommt. Der letzte Punkt, Schnellzugriff, Bildmodus und Helligkeit. Ich habe es ja eben schon mal gezeigt. Einmal Einstellungen drücken und man ist sofort auf den Bildmodus. Und neben dem Bildmodus ist direkt die Schnellauswahl für die Helligkeit. Cool gemacht. Neutral ist die Helligkeit. Die war jetzt weder besser noch viel schlechter als das, was man die letzten Jahre so oder von der Konkurrenz gesehen hat. DSE ist auch neutral, ist auf OLED-Standardniveau, würde ich sagen. Reflexion, für mich auch ein neutraler Punkt. Die sind zwar matt und dadurch fokussiert man nicht ganz so leicht auf irgendwelche harten Kanten von Lampen oder reflektierten Objekten. Macht es angenehmer. Dafür ist das, was reflektiert wird, ein bisschen heller als auf dem C1. Also für mich, ich weiß nicht genau, was mir lieber ist, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist beides eine gute Lösung und es funktioniert. Kontrapunkte. Da wäre für mich ganz klar als erstes die Qualität der Fernbedienung. Die fühlt sich einfach nicht hochwertig an. Das war bei der Fernbedienung des Sony X-E93 von ein paar Jahren noch ganz, ganz anders. Fand ich viel besser. Dann Ergonomie-Fernbedienung. Auch kein guter Punkt. Fand ich auch schlecht bewirkt. Diese scharfen Kanten um die Fernbedienung herum. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Dann keine Kabelführung. Vielleicht habe ich ja irgendwas Kleines in der Box übersehen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber es gibt halt meines Wissens nach jetzt erstmal keine Kabelführung. Und wenn der TV hinten ein bisschen frei steht und Leute können hinten dran sehen, kann man das halt nicht irgendwie schön verstecken. Es hängt alles einfach so da raus. Nächster Punkt, Spaltmaße Gehäuse. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt sehr große Spaltmaße im Verhältnis zu anderen Herstellern. Das ist mir in dieser Anschlussleiste links neben dem TV aufgefallen. Da ist so ein Spalt, der wird von oben immer dicker. Das ist jetzt nichts, was irgendwie ein Dealbreaker wäre. Aber es ist mir doch negativ aufgefallen im Vergleich zur Konkurrenz. Da wurde nicht ganz so fein gearbeitet. Zwang vom Google-Account. Nächster Punkt fand ich auch nicht besonders gut. Und dann 25 Watt im Standby-Verbrauch. Finde ich persönlich schon krass. Also selbst, wenn man ein paar gute Funktionen dadurch gewinnt, wie beispielsweise, dass der TV in der YouTube-App immer als externes Display verfügbar ist, auch wenn er aus ist und sofort angeht, was die anderen so nicht machen. Das ist ein nettes Feature, aber das dürfte keine 25 Watt kosten. Das ist einfach zu viel. Und ich habe es ja ausgerechnet, das waren irgendwie 4 oder 5 Euro im Monat. Das bringt jetzt keinen um. Aber ich finde es doch unverhältnismäßig. Es ist, als würden hier permanent drei LED-Leuchtmittel auf voller Helligkeit brennen. Das ist, finde ich, nicht zeitgemäß. Das geht besser. Und falls jemand weiß, wie ich diese 25 Watt auf die angegebenen 0,5 Watt der Bedienungsanleitung herunterregel, also auch die 25 Watt waren angegeben, aber auch alternativ 0,5 Watt, wenn man irgendwas deaktiviert. Ich habe halt noch nicht rausgefunden, was ich deaktieren muss. Falls es jemand weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich das nicht teilen. Und ja, ich glaube, da wären viele Leute sehr dankbar für. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Gaming des A80Js, um Input-Lag, um Bildqualität, um Chroma-Sub-Sampling 4K 120. Falls ihr das also nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, falls ihr das Video informativ fandet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.